Wo wohnt man besser? In der Stadt oder auf dem Land? Das ist eine Frage des persönlichen Lebensstils. Werner Hoffmann wohnte früher in der Stadt. Er lebt jetzt auf einem Bauernhof mit seiner Familie. Er spricht sogar von einer Großfamilie. Dazu gehören für ihn auch die Tiere, die alle einen Namen tragen. Er erzählt, warum er auf dem Land lebt und wie er dort lebt. Er zählt alle Familienmitglieder einzeln auf. Hören Sie. Ja, wir sind eigentlich eine Großfamilie. Ich lebe hier mit meiner Frau und meinen zwei Kindern und den Tieren mitten auf dem Lande. Wir haben also einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen ist vier Jahre alt, Clara, und der Junge ist sechs Jahre, Jakob. Und dann haben wir verschiedene Tiere. Zum Beispiel haben wir eine kleine Ziegenherde. Die große Ziege heißt Mona Lisa und die hat ein Junges, das heißt Bona, kräftiges Junges. Und dann haben wir noch eine zweite Mutterziege, die heißt Martha und die hat ein Junges, das heißt Männchen. Den Namen hat die Clara, unsere kleine Clara ihr gegeben. Das ist ihre Lieblingsziege. Und dann haben wir noch ein Schaf, das heißt Notte, ein schwarzes Schaf. Das gibt auch Milch. Und dann haben wir Gänse, Enten, Hasen und Hühner. Na und die Tiere, die sonst hier noch so rumlaufen und sich in unserem Garten bedienen. Ja. Und warum wollte eigentlich Herr Hoffmann mit seiner Familie auf dem Land leben? Das ist einfach so entstanden, dass wir den Wunsch hatten, unser Leben etwas zu vereinfachen oder zu verändern. Und dass wir gedacht haben, dass das auf dem Lande leichter ist als in der Stadt. Und so haben wir uns diesen Bauernhof hier gekauft, dass wir das ausprobieren können. Sie haben jetzt gehört, was Herr Hoffmann am Landleben gefällt. Er hat viel über die Tiere gesprochen. Wissen Sie noch, welche Tiere das sind? Es gibt da ein... Ein Schaf. Es gibt auch eine eine Ente und auch ein ein Huhn. Es gibt auf diesem Bauernhof auch ein Tier, das man nicht hören kann. Ist das ein Hase oder ein Fisch? Ein Hase mit langen Ohren. Wiederholen Sie. Ein Hase. Von welchen Tieren hat er noch gesprochen? Vielleicht gibt es doch auch ein Pferd oder Gänse oder Ziegen. Es gibt kein Pferd, aber es gibt Gänse und Ziegen. Gibt es auch eine Kuh? Nein, es gibt keine Kuh. Es gibt also nur kleine Tiere auf diesem Bauernhof. Nach dem Motto Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe. Wiederholen Sie. Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe. Kennen Sie noch andere Sprichwörter mit Tieren? Zum Beispiel dieses. Nachts sind alle Katzen grau. Wiederholen Sie. Nachts sind alle Katzen grau. Es gibt auch noch etwas über Hunde. Kennen Sie es? Hunde, die bellen, beißen nicht. Wiederholen Sie. Hunde, die bellen, beißen nicht. Und schließlich, sagen wir mal, Herr Hoffmann sitzt mit vielen Frauen zusammen an einem Tisch. Dann ist er der Hahn im Korb. Gehen wir noch einmal zurück zu Herrn Hoffmanns Familie. Wissen Sie noch, wie viele Personen es in dieser Familie gibt? Drei, vier, sechs Personen. Vier Personen. Seine Frau, die zwei Kinder und er. Ich lebe hier mit meiner Frau und meinen zwei Kindern und den Tieren mitten auf dem Lande. Er hat einen Jungen. Das ist sein Sein Sohn. Er hat auch ein Mädchen. Das ist seine Seine Tochter. Also doch keine Großfamilie auf dem Land. Bleiben wir noch bei dem Thema Familie. Ein Beispiel. Der Vater meines Vaters ist mein... Der Vater meines Vaters ist mein Großvater. Und jetzt sie. Die Tochter meiner Tante ist meine Cousine. Der Sohn meiner Schwester ist mein... Der Sohn meiner Schwester ist mein Neffe. Der Bruder meiner Mutter ist mein... Der Bruder meiner Mutter ist mein Onkel. Und wer ist die Mutter meines Mannes? Die Mutter meines Mannes ist meine... Die Mutter meines Mannes ist meine Schwiegermutter. Vielleicht haben wir jetzt genug über die Familie geredet. Also noch eine kleine Grammatikübung. Herr Hoffmann sagt am Ende des Interviews einmal... Das ist einfach so entstanden, dass wir den Wunsch hatten, unser Leben etwas zu vereinfachen oder zu verändern. Sie hatten einen Wunsch. Also früher. In der Vergangenheit. Haben benutzt man oft im Imperfekt. Was hatte die Familie von Herrn Hoffmann früher nicht? Ergänzen Sie die Sätze mit Hatte oder Hatten. Ein Beispiel. Früher, Herr Hoffmann, keine Tiere. Früher hatte Herr Hoffmann keine Tiere. Und nun sie. Früher, Herr Hoffmann, keine Großfamilie. Früher, Herr Hoffmann, keine Großfamilie. Früher, die Kinder, keinen Platz. Früher, die Kinder, keinen Platz. Noch etwas Wichtiges haben Sie von Herrn Hoffmann gehört. Und so haben wir uns diesen Bauernhof hier gekauft, dass wir das ausprobieren können. Wiederholen Sie. Etwas ausprobieren. Etwas ausprobieren, das heißt, ein Experiment machen. Ist er vielleicht doch nicht ganz sicher, ob dies die ideale Lebensart ist? Mit diesem Experiment ist er auf jeden Fall nicht allein. Denn Leben auf dem Land ist für viele Leute in den deutschsprachigen Ländern ein alter Traum. weil also den conversationsмен, kann man, dass wir auch auf jeden Fall capture einen tollen формtail. Und dann würde ich sagen, jetzt muss ich jetzt nicht erklären. Ich würde daran erinnern dir genau أنPPen, dass wir sagen, Als41 temporarily vintage wäre ich positiv specialist. Vielen Dank.